Also es geht ja in meinem Projekt Consolation Portraits um das Thema Trost. Und es gibt eben diesen Gedanken der grundlegenden Trostbedürftigkeit des Menschen, also von Hans Blumenberg und auch von Georg Simmel, angesichts eben des Leidens, das uns Menschen eben im Laufe unseres Lebens zweifelsohne und automatisch widerfährt und dem wir auch nicht entkommen können, dass es eben die anderen braucht, um uns zu trösten, um das Leid eben kleiner zu machen, dadurch, dass man es gemeinsam trägt. Und demnach bedeutet für mich Nächstenliebe eben auch, in dieser Form füreinander da zu sein. Und in der Pandemie waren wir ja auf ganz vielfältige und auch sehr neue Art gefordert und eben ganz direkt auch mit Themen wie Einsamkeit, Ängsten, Tod oder Verlust konfrontiert. Und ich habe mich selbst dann gefragt und auch zu meiner Arbeit als Fotografin, was Nächstenliebe eben in diesem Kontext auch sein könnte. Und habe eben daraufhin dann begonnen, Menschen zu porträtieren und sie auch zu fragen, was das für sie ist. Und dann habe ich versucht, diese Menschen und auch die Dinge, die sie eben als Trostspender genannt haben, zu fotografieren. Das waren dann so Sachen wie körperliche Nähe, also ganz einfache Umarmung. Genauso wie geliebtes Haustier, die Natur oder auch die Liebe zum Tanzen zum Beispiel. Und letzten Endes war dann für mich selbst sogar der Arbeitsprozess, also ein Teil von diesem Trost. Einfach den Menschen zuzuhören bei den Interviews, sie zu sehen, ihnen Aufmerksamkeit und Zeit zu schenken, wie es beim Fotografieren geschieht, sind für mich eben auch Dinge, die für beide Seiten dann tröstend sein können. Einfach weil sie Nähe zwischen zwei Menschen herstellen. Und ich glaube, das ist dann beim Trost ähnlich wie auch bei der Nächstenliebe und vielleicht sogar auch bei der Liebe, dass es eben diese Beidseitigkeit gibt, also dass es für den Gebenden und den Nebenden einen positiven Effekt hat. Also für mich war das zum einen die Nähe zu meinen Kindern und meiner Familie, ganz klar. Und natürlich auch die Möglichkeit, wenn auch in begrenztem Radius, denn Mobilität war ja durchaus zunächst stark eingeschränkt, weiterhin Geschichten fotografisch erzählen zu können. Dazu gehört meine Serie Small Sons, also kleine Sonnen, die ich mit meinen Kindern realisiert habe oder dass ich auch begonnen habe an der Arbeit The Most Beautiful Memory. Da gibt es eine persönliche Arbeit über meinen Vater und meine Kindheitserinnerungen, daran zu arbeiten. Und dann später eben auch an den Consolation Portraits, wo ich dann versucht habe, Menschen in meiner unmittelbaren Umgebung zu treffen, mit denen ich bis dato eigentlich immer weniger bis gar nichts zu tun hatte, an denen ich immer vorbeigelaufen bin, in diesen Häusern, wo ich nie reingegangen bin, weil ich immer auf dem Weg war, hast dich irgendwo anders hin. Und das habe ich dann genutzt, um das zu machen. Und ich glaube, ich wollte einfach weiter produktiv bleiben. Und das ist, glaube ich, ein großer Trostspender auch für mich gewesen. Ansonsten auf einer persönlichen Ebene, muss ich sagen, ganz klar auch einfach Sport und die Natur, also in die Natur zu gehen, was mir geholfen hat, eben einen Ausgleich zu schaffen für die Zeit, die ja doch relativ stressig war, so für alle. Ich hatte parallel zu der Arbeit an den Portraits schon begonnen, eben nach Erscheinungen in der Natur zu suchen, die so wie so eine überraschende Unwahrscheinlichkeit aussahen. Es hatte angefangen mit einem leuchtend knallorangenen Kaki-Baum, den ich irgendwie in der Nachbarschaft entdeckt hatte. Und dann habe ich das irgendwie so wunderbar gefunden und habe dann weitergesucht und habe einen feuerroten Hibiskus im Schneesturm gefunden, einen Apfelbaum, wo noch Äpfel dran waren für die Vögel. Und ich habe das dann im Nachhinein kombiniert mit den Portraits, weil ich einfach darin in diesen Naturbildern auch so ein bisschen eine Metapher gesehen habe, eben für die Stärke der Natur, der so eine Resilienz inne wohnt, die wir als Menschen auch eigentlich in uns haben, weil wir eben selbst auch Teil der Natur sind. Wir vergessen das nur manchmal und fühlen uns dann verloren. Aber allein der Gedanke eben, dass die Natur, mit der Natur ist alles zyklisch, also es ist immer ein Wechsel aus Werden und Vergehen. Und ich finde, alleine dieser Gedanke ist schon ein richtig großer Trostspender, dass man irgendwie weiß, nach jedem noch so harten Winter kommt immer wieder ein Frühling. Also wird auch das, was wir jetzt gerade kollektiv erleben, irgendwann vorbei sein. Und das fand ich irgendwie dann einfach so passend zu dem Gedanken des Trostes, dass ich das dann kombiniert habe. Also die Reaktionen waren eigentlich durchweg positiv. Ich habe vorab immer auch ganz genau kommuniziert, warum ich diese Bilder mache, die Idee eben des Betrostes und bin auch immer erst mal ein paar Mal zu Besuch gegangen und habe mich mit den Menschen unterhalten und habe dann hinterher auch die Bilder ausgedruckt und so quasi vorbeigebracht als kleines Geschenk. Ich muss sagen, ehrlicherweise, dass ich das nicht bei jedem Projekt schaffe. Also manchmal hat man auch einfach Aufträge, wo das eben nicht schnell geht und dass ich dann das zeitlich auch einfach nicht stemmen kann, so als arbeitende Fotografin. Aber gerade bei dieser Sache, wo ja auch das in der Nachbarschaft passiert ist, also in meinem engsten Radius fand ich das dann doch schon sehr angebracht, das zu machen und dieses Feedback auch zu bekommen. Und ja, aber meine Kinder, die haben das ja schon öfters gemacht, die sind ja auch auf dem Bildern drauf, die sind schon öfters fotografiert worden und die waren dann auch durchaus sehr stolz, als es sich dann auch, ihr Foto war ja auch im Christenmagazin veröffentlicht, als sie sich dann da entdeckt haben, haben sie sich schon sehr gefreut. Ich liebe dich, das ist ein sehr zu machen und wir sind ja auch in diesem werschönen, wie hoch und wir sind ja auch in der ganzen Welt. Und das Something ist ja auch immer nochass uns. Ich liebe dich, dass du schon so ähnlich wie hoch und da möchtest, habe ich Ich liebe dich, dass du in der ganzen Welt gerne gemacht hast. Und du bist du jetzt wirklich sehr freundet, das ist ja auch immer noch so viel rechnenst,